Was ist das? Schau das Uhr mal. Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja genau, das brauchen wir nämlich Heuer. Wofür? Auf den Heiligenabend. Heuer dann mal singen. Nein, nein, ganz sicher nicht. Die Zeiten sind vorbei. Das probieren wir wieder mal. Jetzt haben wir jahrelang die CD laufen gehabt. Ja, wir können ja die CD weglassen. Was? Ich habe mir überhaupt keine Stimmung. Ja, dann rennt es halt mit dem Weihrauch. Ach, da möchte ich nicht die Mama hören wieder. Ah, stimmt ja, das geht nicht, weil darauf ist sehr leidisch. Also nachher, schau dir gleich mal in den Text, nachher bist du auch schon ein bisschen sicher. Lise, da brauche ich mich nicht einig sagen, wir können nicht singen, das ist vorbei. Das ist ja wohl lässig, da sind wir eh so viele Leute heuer, das wird doch nicht. Lise, wir singen nicht, das ist mein letztes Wort. Ach so, und mein letztes Wort ist, entweder es wird gesungen oder es gibt keine Reklet. Du, das ist eine Pressung. Genau. Stille, nein, ich kann es ja gar nicht mehr. Nicht so tief wofungen. Stille Nacht. Stille Nacht. Heilige Nacht. Alles schlecht. Ich fühle es tief. Alles schlecht. Das ist zu, da kann ich mich nicht auf. Einsam wacht. Nur das... Da, 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 da... Na, wo? Da, da, da... Da, da, da... Nur das traute hochheilige Paar. Hol der Knabe im Glockigen. Schlaf, 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 schlaf... Was ich weiß. Mach eine Pizza. der Knabe im Glockigen. Vielen Dank.